Was ist eigentlich genau der Unterschied bei der Aussprache von Miss und Miss? Ja, da haben viele Leute Probleme mit, weil sie sich an sich ja sehr stark ähneln. Einmal hast du Miss, also M-I-S-S, das wird mit einem S-Sound ausgesprochen. Miss. Dann hast du die M-S-Form, das wird mit einem S-Sound ausgesprochen. Das kannst du dir vorstellen wie bei einer Biene, eine S.